Riesen Erleichterung beim Public Viewing an der Copacabana nach dem wohl nervenaufreibendsten Spiel des Turniers. Im Elfmeterschießen gewinnt Brasilien gegen Chile. Was für ein Krimi, was für eine Dramatik in Belo Horizonte. Um ein Haar wäre der Gastgeber schon im Achtelfinale ausgeschieden. Letzter Schütze Brasiliens, Neymar. Und der Superstar hält nach zuvor zwei verschossenen Elfmetern dem Druck stand und verwandelt sicher zum 3 zu 2. Direkt im Anschluss dann die Schlüsselszene des Spiels. Pechvogel Yara trifft bei seinem Elfmeter nur den Pfosten. Zuvor war ihm in der ersten Halbzeit bereits ein Eigentor unterlaufen. So aber feiert Brasilien. Im Viertelfinale trifft die Selesau nun auf Kolumbien. Die Selesau nun auf Kolumbien. Im Viertelfinale trifft die Selesau nun auf Kolumbien.